Im April 2016 war die Amadea zu einer Renovierung in Hamburg. Auf allen Gängen wurde der Teppich ausgetauscht, der durch einen Fabrikationsfehler sehr abgetreten aussah. Auch das Foyer hat durch den neuen Teppich eine ganz andere Ausstrahlung. Die Kopernikus-Bar wurde total umgestaltet. Untertitelung des ZDF, 2020 Leider ist die Raucherbereiche und wird deshalb tagsüber gemieden. Das Kaminzimmer der Bibliothek hat jetzt ein knisterndes Feuer. Das Restaurant vier Jahreszeiten bekam eine frische Kur. Das Kaminzimmer der Bibliothek hat jetzt ein kleines Radium. Das Kaminzimmer der Bibliothek hat jetzt einen » Netzwerk.« Die Baucherbereiche und die Baucherbereiche und die Baucherbereiche, Untertitelung des ZDF, 2020 Das Blumengesteck musste vier Bildern weichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Servicestationen haben jetzt hier ihren Platz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Decken wurden mit Schallschutz versehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Jupiter Bar bekam neue Möbel. Die Sonnensiegel sind jetzt beim Amadeya-Restaurant, bei der Jupiter Bar und über dem Sparbereich. Vorher war dieser Bereich sehr nackt. Hier entstand eine neue Loungezone. Amen. Musik Der Golfgarten bekam eine neue Spielfläche. Musik Erneuert wurden auch einige Schuiten und in vielen Kabinen die Bäder. Die Frischzellenkur ist der Amadeya gut bekommen.